Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wollen Sie mit uns vielleicht zu Abend essen? Und, was ist dein Eindruck? Ihn würde ich nicht mal meinen Rasen mähen lassen. Mr. Donlevy? Das ist das falsche Zimmer. Sie sollten vorsichtiger sein, mit wem Sie Geschäfte machen. Du hast doch gesagt, dass uns niemand folgen wird. Wir werden sofort verschwinden. Wir brauchen neue Reisepässe, neue Identitäten. Ich habe einen Freund. Vielleicht kennt er jemanden, der Ihnen helfen kann. Das werden Sie tun. Das wird sich auf alle Fälle für Sie lohnen. Es geht mir nicht ums Geld. Das kommt in allen Nachrichten. Wenn Sie sich stellen, dann... Dann verhaften die Sie wegen Beihilfe. Die Wahrheit ist, wir sind aufeinander angewiesen. Werde ich gefasst, reiß ich Sie mit rein. Kriegen Sie Sie und bin ich geliefert. Warum sind diese Leute hinter mir her? Was hat er verbrochen? Chester hat einen umgebracht. Warum lügst du für ihn verdammt? Ich tat es nicht ihm zuliebe. Was zum Teufel ist hier los? Ich glaube, dass man sie erkannt hat. Lassen Sie sie doch einfach mal in Ruhe. Reden Sie nie wieder in diesem Turm mit mir. Oder was? Ich mag ihn einfach. Sie wissen, dass ich mit ihr geschlafen habe. Das ist von ihr ausgegangen. Sehen Sie sich jetzt an, ein richtiger Verbrecher. Sie hätten mich töten sollen, als Sie noch die Möglichkeit dazu hatten haben. Was hast du davon gewusst?